... Herzlich Willkommen zurück zu Super Meat Boy! Das hab ich jetzt direkt ans Summen ohne Atmen gesagt, wow. Und wir sind in der Dark World 6 und... ...epische Musik. Die ist mir vorher noch nie aufgefallen. ... ... ...die ist voll episch. Egal. 6-1-X. Detox. Ich weiß nicht, ob ich alle Dark World Level unbedingt so spielen möchte. Und ich muss mal eben bei mir den Sound leiser drehen. Ich bin voll gut vorbereitet. So. Aber ich kann's ja zumindest versuchen. Das erste müsste noch relativ gut machbar sein. So. So. Oh Gott. Was ist das denn? Okay. Das ist vom Timing her sehr bescheiden. Sehr, sehr bescheiden. Ähm... ...habe ich da irgendwie eine besondere Zauberformel, die ich übersehe? Oder... ...was mach ich da? Ich seh's noch nicht. Aber okay. Ich probiere einfach mal ein wenig rum. ...irgendwann kommt das schon. Ach. Aber... ...die... ...die Musik im Level ist sie gleich? Warum? Das ist in der Cotton Alley auch so. Das... ...das finde ich nicht so super gelungen. Aber okay. Ähm... Ach. Was war das denn? Ich glaube, ich habe schon eine Idee, was ich machen will. Ja... ...das sollte gehen, wenn ich mich da weiter hochziehe. Ja, genau. Schön. Nein! Den hätte ich, glaube ich, einfach durchspringen sollen. Ach. Ich finde das auch doof, dass man da oben in so einem kleinen Ding... ...kleinem Kämmerchen startet. So. Nein! Schade. So. Aber ich habe immerhin die Technik jetzt etwas raus. Was war das denn Dummes? Ach. Manchmal... Egal. Ich fange gar nicht an, mich groß aufzuregen. Und was ist das im Hintergrund? Es wird dunkler. Das irritiert mich gerade irgendwie etwas. Aber gut. So. So mache ich das jetzt. Okay. Hier kann ich einfach runter. Wenn wir dann... ...den Schlüssel nämlich anholen. Sonst würde er da ja nicht hängen. Was war das denn? Der ist gegen irgendwas Unsichtbares gesprungen gerade hier. Der... ...der Fleisch... ...Fleischjunge. So. Ich wette, ich verkack das nochmal. Irgendwo. Nein. Tatsächlich. Wow. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich das so auf Anhieb schaffe. Aber gut. Schön. So. Level 2 hatten wir nicht auf A+. Ist mir aber auch wurscht. From Beyond. Aha. Ach so. Ja. Das ganze Level rückwärts und ein bisschen attraktiver. Ja, ja. Ich verstehe schon. From Beyond halt. Ähm. Ich muss nur wieder den hier verstehen. So ein bisschen. Da kann ich, glaube ich, mich nicht zwischenmogeln. Das heißt, ich muss den kurzen irgendwie abpassen. Okay. So. So kann ich es machen. Aber jetzt muss ich kurz mal sterben. So. Ach. Dreck. Nein. Dreck. Was war das? Egal. So. Ein kleines durch. Dann gehe ich hier drauf. Hier kann mir erstmal nichts passieren. Wow. Das war knapp. Was habe ich jetzt zu tun? Hallo? Hallo? Ah ja. Da rüberspringen. Äh. Lag die Betonung auf rüber oder auf springen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube auf beidem. Äh. Ich bin aber doof. So. Hm. Ach. Genau. Einfach mal runterlaufen. so nein aber ich möchte dieses Level eigentlich spielen weil ich glaube die Welt 5 Level geben relativ gute Prozente weil Welt 5 halt nur aus 10 Leveln besteht beziehungsweise, ne aus 12 mit den Bossen es gibt 2 Bosse ja und deswegen muss das ja trotzdem irgendwie in 100% passen und deswegen bringt das 4% aber wie das dann gesamt aussieht weiß ich gar nicht es kann sein dass sie das dann trotzdem angepasst haben das wäre auch irgendwie sinnvoll aber ich weiß es ja halt nicht hä? hab ich jetzt irgendwas äh nicht mitbekommen zufällig ich habe so das Gefühl weil ich bin irgendwie gestorben so mal eben spontan naja hoffen wir äh dass das einfach ein Glitch war ansonsten bin ich jetzt etwas ratlos ich danke für den Lag ansonsten bin ich etwas ratlos wie wir da lang kommen aber das Level nervt mich gerade schon irgendwie aber ich weiß auch wenn ich jetzt immer munter weiter die Level überspringe dann kommt mir nur mehr äh dazu was ich noch machen könnte aber egal ich mach das jetzt einfach so hier kann ich stehen dann kann ich hier durch ja okay das Level war auch äh Light World relativ simpel gestrickt okay haben wir jetzt ein anderes Timing sieht fast so aus das ist immer scheiße na gut ähm hm 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 wie mach ich das denn am dümmsten so nein das hab ich gerade schon gemacht oder ja ich glaub schon das hab ich gerade nicht gemacht das war aber auch gut so das hab ich auch nicht gemacht das auch nicht so das hab ich gemacht dann hab das kann ich eigentlich wiederholen könnte ich könnte ich so ist doch lame so drei das gleiche naja egal ach komm schon so dann kommt der große da will ich nicht reinspringen am besten okay der wischt mich da auch das heißt ich will hier direkt hoch okay das war ganz wenig knapp scheiße ah dummes level das das macht auch irgendwie kein spaß dieses level wenn ich ehrlich bin das ist langweilig aber trotzdem irgendwie tückisch ich weiß nicht na macht keinen spaß naja was soll's also na ganz eng okay ich will da glaub ich schnell durch ich weiß es aber oh weiß es aber nicht wenn ich mal so auf die zeit gucke dann gefällt mir der fortschritt in dieser folge auch schon wieder mäßig aber egal wollen wir mal nicht von fortschritt reden in diesem spiel haben wir ja eh nicht allzu viel von verzeichnet in dem ganzen projekt äh nein so hepp hepp nein so 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 hepp nein ich muss mir noch was überlegen wie ich da durchkommen will so nein so okay dann will ich jetzt hier so durch so durch so durch so durch ei 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 nein dann kommt die verfickte säge direkt dahin ich hab gedacht die hört vorher auf nein warum hab ich das gedacht völliger schwachsinn war das äh dumm das war jetzt einfach nur ein beschissener denkfehler aber ich hab den verstanden und dann hab ich auch den hier verstanden ei 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 oh so okay da will ich nach ich achte bei sowas fast nie auf die sägen am boden das ist auch so ein so ein scheiß da richt man sich dann nur wieder über sich selbst auf so ist meine maus da rechts im bild oder was soll das darstellen jetzt ist es weg nach so das kann ja eigentlich nicht das ist ja ein vollscreen äh vollscreen spiel naja was auch immer das war es war irgendwie irritierend so schon wieder das nervt doch voll so kann ich nicht arbeiten echt mal das irritiert mich total das ist ein scheißweißer punkt was egal oh das war gut wenn auch ungewollt aber das war das war auf jeden Fall gut aus so nein so nein naja das wird schon so eng nein aber ich schaffe dieses level noch egal ob die folge länger wird oder nicht ich schaffe das noch nein ja so heb 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 dann will ich wieder warten und wieder irritiert mich dieser weiße punkt aber egal nein ich muss lernen mich auf mehrere sägen gleichzeitig zu konzentrieren das gibt es doch gar nicht und ich sollte da nicht reinspringen so 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 das ist soweit kein Ding mehr hier so den habe ich eigentlich auch begriffen außer dieses verkackte Ding da vorne da rechts wohl er nicht da so okay leute ich habe ähnlich wie bei dem level letztens jetzt einfach mal da rausgeschnitten weil ich schaffe das nicht boost ja sorry aber wieder nur ein level wow in diesem part ich bin mal gespannt bringt das in der gesamtwertung viel nein 75% immer noch ah gott ich muss irgendwie 5% zusammenkratzen das kann doch nicht wahr sein egal wir sehen uns das nächste mal ich bin opa naspeak und bis dahin ciao